Bounce Herzlich Willkommen zurück zu E2.09 Das ist auch hier und kommen wir schon zu langsam Na, ein bisschen besser ist es schon Jedenfalls war ich hier die krasse CD angekommen Oh ja Jetzt hatte ich eigentlich vor eben die Maike zu kämpfen Genau Okay Dann nochmal kurz Spaß So So Dann ganz Habe ich hier unten Ne genau Wie viele dreißel sind sie schon? Oder so Komm Komm Da irgendwie besiegt Komm wie viel 1.000 Einmal Der Wal-Mann Die muss stecken Genau Aufkriegen Und dann tot Knilz. Öffne Knilz, wechsle ich wieder zu Zerstörer. Was? Hat sich das noch entwickelt? Na egal. Ich bin 32. Ach man. Na komm. Na, komm. Na, komm. Jetzt бер ich ein Fress. Ja..ja..ja.. Jetzt besser. Komm, komm. Ja. Komm nicht. Ah, hier ist mir gar zuhause... Also entweder... Also hier hab ich schon nie gespielt, denn ich weiß es bloß von diesem Maragd, dass ich da zuerst mal zu diesem Lava-Berg gehen muss. Ah, war knapp. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen anders ist. Ob man da sofort hier rein muss, oder ne? Ne, geht wohl nicht mehr nach. Dann muss ich doch zuerst. Ne, dann den Ball noch. Einfach an. Das ist so sinnlos. Was ist jetzt los? Ah, na joll. Ja, dann muss ich jetzt zum Lava-Berg oder wie auch immer der heißt. Ist das Lava? Ja. 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 Komm, entwickle dich doch mal. Hä, ist denn hier ein Springer? Nein. Okay, dann hat man. Ja genau, was denn hier ist? Kyroberg. Okay, immer schief. Schuppet. Schuppet ist cool. Genau super nett. Genau. Beste Atacke. Komm, nochmal Schuppet. Komm, wenn du das nochmal machst, dann mag ich dich. Okay, ich mag dich so schauen, aber... Jetzt hab ich dich. Ha, nein. Hm. Komm. Komm. Ach, will ich mal was sehen. Was ist denn das? Oh, ne, 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 ne. Jedenfalls muss ich jetzt hier hoch, dann hier weiter, dann wieder hier hoch, dann hier gab's glaub ich was. Nein. Dann geh ich halt hier hoch. Dann gab's hier was. Hm, da gab's wirklich was. Na, hier oben lang? Jetzt auch was mit dabei, cool. Na, wir haben sicher eine super Welle. Na ja. Hm. Geht auch nicht, hier läuft nichts. Hier auch noch. Wer weiß man nicht, wo es hier was gibt. Schauen wir mal, dass wir die Wanda kurz unterfläche. Und wieder da. Ja. Da ging's jetzt erstmal hier auch nochmal. Das war kaum. Zu bald. Muss. Wie soll. Ruckzucki. 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 Okay. Cool. Wollen wir hier eigentlich super haben wir sowas wie? Aber warum mache ich schon wieder, ach man! Ach, für wen, das ist einfach anders. Absurber, genau, das ist praktisch. Gerne. Ne, das ist schlecht, aber das ist spezial. Egal, ich bin trotzdem zuerst angreifen. Das ist natürlich auch, oder? Keine Wanner. Ja, das ist gut, das ist gut. Ne, warum nicht ruck zu kippen? Was war denn das jetzt schon wieder? Ach man! Jetzt ist irgendwie was? Ja genau, ich bin da vom Schwedberg. Dieser kenne ich auch. Wieso? Ach man! Nein! Hat weniger Spezialverteidigung und Verteidigung. Hallo! Ich denke, jetzt habe ich ein neues Projekt. Jedenfalls schaut da noch vorbei, das kommt immer Samstags. Ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt vor dem Anfang kommen, oder nach dem Anfang. Deswegen sage ich jetzt noch nicht, was es ist. Sonst kamen wir immer bald Samstags und Mittwoch. Jetzt kommt halt nur noch Mittwoch und ja. Das fang ich mir jetzt. Komm mit. Du darfst mit auf Reisen gehen. Ich will doch nicht. Du darfst mich ja nicht die ganze Zeit in der Box. Dann hängt. Leck die dir. Äh, ja. Warte los. Ohne. Ähm. 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 Äh, ich habe Angst, nein. Ähm. Nee. Äh. Nee. Maika. Zu erfen von Maika. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob die so geschrieben wird. Jetzt können sie polisch sein. Und. Glücklich sterben. Komm nochmal, auch Mist. Ja. Ja. Oh Mann, ich komme auch nicht rennen. Ah, jetzt sieht es schon wieder so kacke aus. Ah, genau. Oh. Ich bin wirklich gar nicht gelaufen. Ja, genau. Ach ne, ne, ne. Ne, bitte nicht. Nicht nochmal. Nie wieder mache ich das. Die waren doch immer die Tränen rein. Oh nein, die wollen die nicht. Upsi! Da hab ich. Hi! 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 Gerardax, nein! Gerardax, nein! Boah, das ist... Das ist auch richtig doof, Lord. Voltenzel. Voltenzel, mit dem ich ja nicht geschiebt. Voltenzel, Baby Sieb, jetzt. Alles klar. Ah, nee, es ist ja andersrum. Ach, es ist ja andersrum, wie die Wüste, effektiv. Ja, genau. Das ist wiederum jetzt so gut. Das ist wiederum gut. Boogi! Wo sollen die so? Blunder, wir sind los. Geh was? Carbon! Ach man! Lass mich doch einfach in Ruhe! Lass mich doch einfach in Ruhe! Mann, Mann, Mann! Tick-Zack, ey! Ich mach Tick-Zack, ich mach Tick-Zack. Tick-Zack ist ganz praktisch. Ich weiß schon, ich glaube aber... Das ist halt nichts besonderes. Das ist sowas wie Buggi-Fazzer. Ist es wirklich? Ist es wie die Radfatz? Es gibt immer dieses Vogel drüben und dann gibt es das normal drüben und... Das ist für das Wasser. Ja, mehr gibt es nicht. Dann hat noch die Kräfer-Pokémon im ersten Wald. Hm... Wie lang? Wie lang? Wie lang? Wie lang? Ach genau! Wie lang? Ja. Wie lang? Ja. Fabilen. Fabilen. Pam, bam. Und ich entwickle mich zu einem Menschen, der es nicht hingekriegt, in einem Führer zu gehen. Ähm... Ja... Ich weiß nicht, was ist los, äh... Da muss aber auch schon... Irgendwie möchte ich ihn jetzt einführen... Ne, Wiesnflug oder was, ne? Das war Trafhüt. War das hier? Ja. Ich verstehe, ja, verstehe. Ja, komm. So. In der Wasserhöhle, yay! Und ich stehe mir ja später auch rein. Ja, genau, komm. Ich hätte euch den brauchen, um das zu checken. Ja. Ja, was ist... Nein. Ach, lass mich doch in Ruhe. Nein, wir müssten immer noch in Ruhe mehr. Grüß sie. Nein, Pikachu. Mann, lass mich mal Ruhe. Ich bin halt immer, als würde das Punkt immer informiert. Lass mich doch einfach. Mann. Hallo. Okay. Ach, Björn. Ha 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 ha. 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 Also wie auch immer die klingt. Genau, du wirst schon was machen, ja. Hm? Hm. Ich hab jetzt schon 15 Minuten aufgenommen, aber wegen der Unterbrechung anscheinend nur 14. Und deswegen mach ich einfach kurz kurz. Ganz langsam. Okay. Dann bist du auch gut aufhören. Dann hier hoch. Komm. Kein, darf ich nicht. Und dieser Typ hier. Ist das eigentlich eine Mütze oder hat er weiße Haare? Der hat weiße Haare, oder? Oder ganz so normal ist das nicht, oder? Hallo. Ich sprech grad in deine Basis ein. Also in die Basis von deinem Team ein. Ähm. Hey. Warte mal bitte. Warte mal. Hallo. Ey, geht das doch schneller? Er läuft dann auch schneller. Wird mal stehen. Ich sprech... Ich sprech gerade in die Basis von Team Aqua ein. Ne, dann halt ne. Ah, okay. Komm her. Komm her. Ich kämpfe mal gegen dich. Warte. Warte. Ich kämpfe gegen dich. Nein. Ähm. Hallo. Ich weiß was, was mich jetzt hast gesehen. Oh, jetzt die Hand. Auf Dinge. Gut. Komm, entwickle dich doch ein Bild. Und wieder zurück. Ja, genau. Anstatt einfach melden zu gehen. Aber... Lass mal, lass mal. Und das war's jetzt für Bogomonsophia. Und wir sehen uns dann... den nächsten Tag wieder. Und... Tschüss.